Hey meine Freunde, was geht? Herzlich Willkommen zurück zu FIFA 19. Lang, lang ist es sehr. Es gab jetzt eine Zeit lang gar nichts, dann irgendwie ein bisschen Pokémon. Und jetzt wird's Zeit für FIFA. Beziehungsweise langsam ist das Ende des FIFA-Jahres gekommen. FIFA 20 steht fast vor der Tür und dementsprechend wollen wir heute nochmal FIFA 19 Goodbye sagen. Und dafür schauen wir uns nochmal an, was haben wir dieses Season erreicht? Was oder womit haben wir das erreicht? Wie sieht unser Team aus? Und was gilt es für FIFA 20 dann zu erreichen? Was sind die Ziele? Und vor allem, was gibt es für Videos auf meinem Kanal dazu? Ihr seht gerade 100.000 Münzen. Ich habe locker 400.000, 500.000, wenn nicht mehr, verbraten. Immer wieder in Packs reingesetzt. Ich habe nicht mehr wirklich viel gespielt. Ich habe einfach immer nur irgendwelche Packs gemacht. Es gibt auch aktuell ein Prime Goldspieler-Pack. Von mir aus können wir davon jetzt zum Beispiel auch mal eins aufmachen. Denn es gibt eigentlich nichts mehr, was wir brauchen. Und ja, wir kriegen jetzt auch leider nichts Gutes mehr hier raus an dieser Stelle. Ich habe noch ein paar gute Sachen gezogen. Unter anderem auch Team-of-the-Year-Spieler. Wir kriegen nochmal Kostic. Äh, Kovacic. Das ist natürlich nicht Kostic. Entschuldigung. Ich bin auch ein bisschen raus aus der Sache. Wird aber jetzt sich definitiv mit FIFA 20 wieder ändern. So, schauen wir zuerst einmal auf den Transfer-Erlös von den Leuten, mit denen ich hier in der Gruppe bin oder mit denen ich zusammen zocke. Und ich bin auf der Nummer 1. Natürlich 5,7 Millionen ist jetzt für einige wahrscheinlich Peanuts. Das machen manche in einer Woche, in einem Monat, wie auch immer. Ähm, ich habe das die Season über gemacht. Und zwar nicht so, dass ich vollkommen getryhardet bin. Ich habe immer hier und da ein paar Sachen ausprobiert. Vor allem auch gerade immer dieses Swing-Trading. Also immer gucken, günstig kaufen, teuer verkaufen. Macht Sinn. Ähm, dann habe ich versucht, ein bisschen Team-of-the-Week zu predikten. Das hat immer nicht so gut funktioniert. Ähm, SBC-Predikten, beziehungsweise einfach gucken, was für eine SBC kommt raus. Gerade Spieler des Monats. Spiel des Monats, Predikten allgemein, war sehr erfolgreich. Auch, wenn man dann guckt, welche SBCs kommen raus, schnell zu adaptieren. Okay, zu überlegen, okay, welche Spieler brauche ich dafür? Welche kommen dafür in Frage? Ich habe das Ganze mal in so einem Video gemacht mit dem Van Dijk-POTM. Zum Beispiel, dort haben wir sehr viel Geld, extrem viel Geld, glaube ich, locker in der Mitte oder so, verdient mit Holländern. Und das werden wir nächstes Season auch sehr, sehr weit machen. Ansonsten, Spieleinnahmen, 426.000, so viel habe ich nicht gespielt. Vereins wird 200 Millionen und 187er Top-Mannschaft ist jetzt auch nicht so überragend. Wenn wir gucken, da sind auf jeden Fall ein paar Kollegen unter mir besser dran. Die Frage ist, was für welches Team hat es am Ende gereicht? Und ich habe da ein aktives Team und das möchte ich euch mal präsentieren. Und das sieht folgendermaßen aus. Dazu haben wir ein bisschen Glück gehabt, dazu habe ich mich auch für die richtigen SBCs entschieden. Ich bin im Nachhinein sehr, sehr froh, dass ich das getan habe. Die einzige SBC, die ich wirklich bereue, nicht gemacht zu haben, ist einmal die von Mkhitaryan, wobei sich das mittlerweile auch erledigt hat. Das hatte ich mal eine Zeit lang, die UCL-Live-Karte, wo wir hier unseren schicken Markus Alonso haben, der mittlerweile mit einer 91 da steht. Kann man auf jeden Fall nicht drüber meckern. Absolut abnormale Werte. Das ist einfach nur, der kann auf jeder Position damit spielen. Der ist einfach auf jeder Position, wer ist eine kranke Karte. Könnt ihr hinstellen, wo ihr wollt, der böllert. Die andere Karte ist Dwayne Rooney als Flashback-Karte, die hätte ich auch gerne gehabt, aber so what? So, gehen wir einfach mal kurz unser Team durch. Ganz vorne habe ich aktuell Martial drin. Da gibt es sicherlich bessere Stürmer. Er macht einen ganz brauchbaren Job. La Cassette wäre auch noch eine Option gewesen. Da habe ich jetzt nicht mehr nachgeguckt. Wichtig ist, dass es ein Franzose ist, denn auf dem rechten Winkel habe ich mich jetzt erst mal für Mbappé entschieden. Mal gucken, wie wir das nächstes Jahr machen werden. Ich habe mit diesem Team auch bisher, ihr seht es, Spielerdetails, kein einziges Game bisher gespielt. Das werden wir natürlich auch noch nachholen. Ich will gucken, wie das Team funktioniert. Auf der anderen, dann haben wir Mitte, habe ich immer Eriksen gehabt. Dort bin ich jetzt mal mit Firmino gegangen. Auch hier hätte ich gerne irgendwie, weiß ich nicht, noch was anderes gehabt. Da hatte ich jetzt auch nichts Alternatives gehabt. Zum Beispiel Sané als Birthday-Karte war das, glaube ich. Wäre supergeil gewesen. Ja, so ist es jetzt. Bobby Firmino. Ihr wolltet sowieso alle, dass ich den in ZOM spiele und nicht im Sturm, weil er da wohl besser ist. Und ja, unser Quoten-Bobby. Aber er hat auch einfach unglaublich viel liegen lassen. Unglaublich geile Karte eigentlich, aber ja, Präzision ist so eine Sache. Dann mein Liebling überhaupt, Eden Hazard. Die Karte hat hier und da auch mal enttäuscht, aber allgemein ist es eine super Karte. Es war der erste POTM überhaupt in FIFA. Ich habe ihn mir geholt. Er hat sich über weite Strecken belohnt gemacht. Er hat viele Games auch gewonnen durch Tore in den letzten Minuten und so. Also geile Karte auf jeden Fall. Dann im ZDM Fernandinho. Ich bin eigentlich immer eher der Fabinho-Fan geworden. Und ich finde auch nach wie vor, Fabinho ist die bessere Karte. Dort wäre eigentlich die UCL-Live-Karte von Fabinho sehr gut gewesen. Die kostet aber mittlerweile auch zu viel. Dementsprechend steht da Fernandinho. Auf der anderen Seite Kante. Wir haben ihn als untradable gezogen. Ja, was soll man sagen? 3,75 Spiele. Kante begleitet mich in jedem FIFA. Wäre geil, wenn wir den nächsten Season auch ziehen könnten als untradable. Würde mich freuen. Ist immer eine sehr teure Karte. Das sind 300.000, 400.000 Coins gewesen, die ich nicht investieren konnte. Dafür ein absolut insane Defender oder ZDM. Ja, spielt sich geil. Ist nice. Dann haben wir Marcos Alonso. Na, was soll ich sagen? Habe ich eben schon geschwärmt. Absolut brutal. Virgil van Dijk ebenso absolut brutal. Natürlich hatte ich mit beiden Karten extrem Glück, dass sowohl Chelsea als auch Liverpool ihre Caps gewonnen haben. Und dadurch so kranke Karten geworden sind. Und auch der hat schon 29 Spiele, genau, den habe ich nachher mal abgegradet. Ich habe ja erst den normalen geholt, dann habe ich auch den anderen geupgradet. Und dann habe ich mir den mal gegönnt. Ich habe ihn für 635.000 bekommen. Und wenn wir jetzt mal schauen, er ist jetzt, ja, der knappe Mille wert. Ich war auch mal auf 1,2. Kurz nachdem sie gewonnen hätten, hatte ich also auf jeden Fall für sehr, sehr viel Geld weghauen können. Habe ich einen sehr, sehr guten Deal gemacht. Das war, glaube ich, nachdem sie einmal verloren hatten. Oder, ähm, was war das? Gegen Dortmund? War das gegen Dortmund? Und zurücklagen oder so? Ich weiß nicht. Ich habe auf jeden Fall einen guten Deal gemacht. Dann Philipp Lewis. Auch da bereue ich es nicht, mir den es geholt zu haben. Genauso wenig wie Dani Alves. Von der SBC sehr früh in FIFA bis zum Schluss drin behalten. Mega stark. Und am Ende nochmal, ihr wisst, ich habe immer sehr gerne mit Ederson gespielt. Habe ich Drea mal irgendwann gekauft. War okay. Und jetzt habe ich mir den Ederson geholt. Auch den habe ich bisher noch nicht getestet. Möchte ich noch machen. Investiert habe ich den für 137.000. Ist jetzt, glaube ich, auch bei ein bisschen mehr. Ja, 190.000 bis 200.000. Also bis dahin alles sehr, sehr gut. Ah, natürlich unsere super Subs. Auch da muss ich sagen, absolut krank. Ibrahimovic, natürlich. Ja, der Ibra. Der Gott. Himself. 83 Spiele, 31 Tore. Let's go. Ja, also easy. Mané, auch der. Komplett broken die Karte. Ich habe normalerweise ja immer mit dem normalen gespielt. Habe dann immer mal geupgradet. Habe auch Mané, den normalen, für die SBC abgegeben. Brauche ich nicht. Super Karte. Auch Mena spielt sich richtig gut. Habe 19 Spiele jetzt mit dem gespielt. Drei Tore, vier Torvorlagen. Das sind jetzt nicht die besten Stats. Aber er spielt sich als Super Sub gut. Und das sind meine drei Super Subs. Und wenn die reinkommen, machen die auf jeden Fall einen Unterschied. Na, Lukaku habe ich selber nie gespielt. Ich habe den mal als Stürmer mal wieder reingeguckt. War auch ganz gut eigentlich als Stürmer. Auch wenn es hier eine Infanterie-Karte ist. Die Werte hat er ja trotzdem. Hat er zusätzlich noch ein bisschen Physis und Defense-Wert bekommen. Ist ganz nett. Ja, weil die anderen Werte bei den Foot-Birthday-Karten behält man ja. Schmeichel war irgendwie nicht so nice, wie ich es mir gedacht habe. William, kranke Karte. Werde ich nächstes Season auch wieder komplett early kaufen. Eriksen ist gut. Ein bisschen klobig, aber gut. Und Fabinho, absolutes Biest. Mehr muss man dazu gar nicht sagen. Schauen wir nochmal in den Vereinen, was es da noch so gibt. Was man erwähnen könnte. Hier noch ein paar Sachen, die ich gezogen habe. Süle habe ich gezogen. Gab es auch, glaube ich, ein Video zu. Barkley, die erste Karte, die wir großartig gezogen haben. Fellaini, auch zwischenzeitlich. Mega viel wert gewesen. Ich habe den auch für einen Schnapper. Nee, ich habe den gezogen, glaube ich. War auch mal 200.000 wert. Ist bis er ans Cap rangekommen. Ich habe ihn damals nicht verkauft, wollte ihn einfach behalten, weil ich ihn cool fand. Hat mir sehr viel gebracht. Auch die Scream-Karten. Absolut genial. Richarlison haben wir investiert gehabt. Ja, ansonsten müssen wir mal gucken, wo sind die Untradables. Hier hinten beginnen die Untradables. Casillas, den habe ich einfach nur genommen, weil er halt einfach ein geiler Typ ist. Casillas ist eins meiner Idole damals gewesen als jüngerer Bub. Howard war einfach saugünstig. Wollte ich eigentlich mal für eine SBC, habe ich nie abgegeben. Ibra, Savage, alle die haben wir durch Dings freigestellt. Und, oh Gott, haben wir für die drei Spieler geschwitzt. Ibra, Savage und Boateng. Alter, habe ich für die Jungs reingeschwitzt, ne? Benzema haben wir nochmal gezogen. Glaube ich, Untradable aus einem der Gratis-Packs, die irgendwann mal kamen. Ebenso Rakitic, auch Untradable. Wir haben Vela mal gemacht als 88er. Alex Tejas habe ich immer gezogen als Untradable. Paco Alcacer habe ich als Untradable. Die habe ich als Untradable gezogen? Wann habe ich denn den gezogen? An den kann ich mich gar nicht erinnern. Das ist ja die, die Tots Momente-Karte. Die habe ich halt, alter, was? Dann Witzel als, ähm, als Wiccan-League-Belohnung. Banes, mega guter Typ, hat auch mir sehr viel gebracht. Äh, ja, Schmeichel, Susu einfach mal irgendwann aus einer, aus einer Belohnung und so weiter. Dann hier so einzelne Karten mal gemacht. In Sagi, da habe ich mir mal einmal ein Icon-Pack zusammengespart, wodurch dieses Swap-Deal-Spieler, und dann kommt der In Sagi raus. Es ist, äh, lassen wir nicht drüber reden. Nächstes Season, Leute, Road to Icon. Ähm, ich hoffe, ne? Und ansonsten war es das auch hier, sind noch ein paar, hier solche Sachen habe ich zum Beispiel mal irgendwann Untradable, auch Untradable gezogen? Ja, was soll man da großartig sagen? Ich hatte noch zwei andere, ähm, ähm, oder drei Tots-Spieler gezogen. Äh, die habe ich verkauft und dann immer wieder für Packs gekauft und, äh, ja, das war's. Abschließend will ich natürlich nochmal spielen. Das ist unser Gegner, ein Feel-Good-Team anscheinend aus der Bundesliga. Ja, kann man machen, gar nicht so verkehrt. Wir gucken mal, wie das wird. Vielleicht auch jemand, der jetzt noch FIFA 18 angefangen hat. Aber wer fängt jetzt FIFA 18 an? Wir schauen mal, wie unser Star-Angebot sich so schlagen wird. Hier bisher erstmal nichts. Aber ich teste das Ganze mal, wir schauen uns das mal an. Ewig lang kein FIFA mehr gespielt, Leute. Und ich bin so hyped auf das Neue, ne? So, und jetzt Martial! Bam! Ah! Ah! Oh! Geh rein! Jawohl! Da ist das Tor! Freunde, da ist es! Es war Eden Hazard. Mit ihm hat alles angefangen. Und mit ihm werden wir hier anscheinend auch closen. Und, äh, Leute, ich bin schon ein bisschen hyped jetzt wieder aufs neue FIFA. Nicht wegen dem Spiel, sondern einfach, weil, ja, FIFA für mich einfach... Perfekt ist so zum Traden. Und, äh, da freue ich mich auch tatsächlich am meisten wieder drauf. Also, das wird richtig geil. Ah, lol! Mir fällt auch gerade ein, ich glaube, ich bin in Division 9 oder so. Weil ich mich mal runtergespielt habe, wegen den ganzen Food Birthday-Spielern. Äh, damit ich dann die Weekly Challenges einfacher machen kann. Das erklärt, warum ich hier, warum ich hier so durchlaufen kann und so. Bam! Und, äh, was? Und Martial? Bam! Da sitzt er. Ja, es ist jetzt 2-0. Also, ne, wie gesagt, Division 9. Meine Spieler sind halt auch komplett overpowered. Die Frage ist ja noch, wie sieht das nächste, wie sieht's aus mit nächster Season? Ja, wie sieht's aus FIFA 20? Wir werden direkt natürlich wieder früher starten als alle anderen. Das heißt, wir werden wieder über das, ähm, Xbox, über das Premier Ebo, äh, Premier Ebo. Über EA Access Premier, ähm, oder Origin Access heißt es ja, äh, werden wir wieder starten. Wir werden früher als alle anderen anfangen. Und dann werden wir diesmal von Anfang an komplett, äh, aufs, aufs Trading gehen. Das hab ich ja letztes Mal auch ein bisschen später erst entdeckt. Da werden wir auf jeden Fall, äh, gut unseren Spaß haben, denke ich. Bam! Ah, schade. Ich denke, ich werde nicht jeden Tag ein Video machen. Oh, Bobby, köpft nochmal ein! Sehr geil, Mann! Den Upload-Plan werde ich mir dann zurechtlegen. Ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, äh, wie viel ihr zu FIFA 20 dann sehen wollt. Äh, es wird hauptsächlich wieder Trading geben. Äh, vielleicht mal wieder eine Weekend-League im Stream oder sowas. Ich will eigentlich noch einen Turm mit Mbappé machen. Das gehört sich eigentlich so als Neuzugang. Schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, wie es bei euch aussieht mit FIFA 20. Wie viele Videos wollt ihr dazu sehen? Was wollt ihr dazu sehen? Ähm, hat euch das so gefallen mit FIFA 19? Ich möchte eigentlich, ich möchte eigentlich vermeiden, dass wir hauptsächlich FIFA machen. Das wäre ganz geil, wenn FIFA nach wie vor ein Projekt bleibt, aber einen festen Slot oder feste Slots in der Woche bekommt. Ähm, sodass wir dann auch noch was anderes machen können, dass nicht einfach jeder von FIFA geplagt ist. Vielleicht machen wir FIFA auch als zweites Video in der Woche, äh, als zweites Video am Tag. Je nachdem, schreibt mir das einfach mal, wie ihr FIFA sehen wollt. Wie oft ihr euren FIFA-Content braucht. Und dann finden wir da sicherlich irgendwas. Oh, da schenkt er mir sogar noch einen ein. Krasser Typ, Alter. Aber wir sind ja hier, um auch so ein Stück weit FIFA zu, äh, FIFA zu zelebrieren. Das Jahr zu zelebrieren. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, ich find's auch geil, wie viele Leute von euch tatsächlich aktiv mit dabei waren. Auch, äh, trotz meiner Inaktivität war FIFA immer eins der krassesten, äh, geklickten Videos. Auch mit die meisten Kommentare. Natürlich am Anfang immer noch so, ey, yo, du hast keine Ahnung. Das hat sich hoffentlich jetzt ein bisschen, äh, gelegt. Ich hab wirklich viel Zeit reingesteckt. Am Anfang war ich wirklich einfach Gelegenheitsspieler, so. Äh, und mittlerweile bin ich noch ein bisschen mehr drin. Viel ausprobiert, auch Trading-mäßig und spielerisch. Und, ähm, ja, war geil, Leute. Wobei man natürlich immer sagen muss, ne, Profi bin ich immer noch nicht. Äh, da gibt's sicherlich Leute, die sich deutlich besser auch auskennen. Aber ich denke, so ein bisschen kann ich da auf jeden Fall schon mitreden. Spielerisch halt immer noch Kacke, wie ihr seht. Das ist natürlich sad. Das heißt, ich muss mich jetzt doch nochmal ein bisschen anstrengen. So, 70. Minute, es ist Zeit, unsere Stars einzuwechseln. Und da hauen wir Martial raus. Mané geht, äh, rein für Firmino und Mbappé. Eigentlich müssen wir mit ihm Tor schießen. Okay, dann wechseln wir Hazard aus. Hazard, guter Mann. Hast du gut gemacht. So, und ich würd sagen, wir nehmen erstmal Mbappé vorne in den, ähm, ja, wir lassen Ibra da stehen. Und packen Mbappé mal kurz in den Sturm. Wir brauchen einfach ein, wir brauchen einfach ein Tor mit Mbappé. Das gehört sich einfach so. Wir können nicht FIFA aufhören, dass der kein Tor für uns geschossen hat. Das geht so nicht, Leute. Da ist es doch! Das Tor für Kylian Mbappé. Und jetzt können wir auch wieder umstellen. Er hat sein Tor. Komm, er kann da auf rechts außen bleiben. Und jetzt stellen wir so auf, wie wir immer gespielt haben. Ja, nur hat Mena normalerweise auf der anderen Seite. Aber ist jetzt egal, ob er jetzt links oder rechts steht. Jetzt müssen wir noch ein Tor mit Ibra himself schießen. Und dann ist die Saison, glaube ich, auch gut zu Ende gegangen. So, mal gucken, ob ich das noch kann. Wir köpfen, wir gehen hier rein. Auf die Position. Oh, da ist es! Jawohl, das Kopfballtor durch Zlatan! Oh, aber dafür kassieren wir noch eins. Oh, aber es ist egal. Es ist egal, Freunde. FIFA 19 ist vorbei. Wir modden unser Team ein. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich kann mich ja jetzt schon mal in den letzten Game-Zügen bei euch bedanken, dafür, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, ihr habt Bock auf ein weiteres FIFA 20. Ich bin sehr, sehr hyped. Das Game ist vorbei. Team spielt sich gut. Kann man so machen. Ist jetzt natürlich kein Vergleich. Ja, ich müsste jetzt natürlich Weekend League oder sowas spielen, um zu gucken, wie man damit klarkommt. Ich hatte gedacht, dass Mbappé ein bisschen schneller ist, als er ist. Aber ist man mittlerweile auch verwöhnt mit diesen ganzen geboosteten Karten und so weiter. Dementsprechend, Freunde, hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Das war es von FIFA 19. Wir sehen uns zum Release von FIFA 20. Oder ja, morgen in einem Pokémon-Video. Weil Freitag ist immer ein Pokémon-Tag für die, die es... Oder was heißt? Trading-Kart-Tag für die, die es interessiert. Also, Leute, schaltet rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr in FIFA 20 sehen wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.